Der Froschprinz Ungewohnt fuhr, und sie wollte es wieder hineinschütten, in dem regte sich ein Frosch in dem Wasser, streckte den Kopf in die Höhe und sprang endlich auf den Brunnenrand, da sagte er zu ihr, »Wann willst du mein Schätzchen sein?« »Ich will dir geben, hell, hell Wässerlein.« »Ei, wer will Schatz von einem garstigen Frosch sein?« rief die Prinzessin und lief fort. Sie sagte ihren Schwestern, was da unten am Brunnen für ein wunderlicher Frosch wäre, der das Wasser trüb machte. Da war die zweite neugierig, ging hinunter und schöpfte sich auch ein Glas voll. Das war eben wieder so trüb, dass sie es nicht trinken wollte. Aber der Frosch war auch wieder auf dem Rand und sagte, »Wann willst du mein Schätzchen sein? Ich will dir geben, hell, hell Wässerlein.« »Das wär mir gelegen«, sagte die Prinzessin und lief fort. Endlich kam die dritte und schöpfte auch. Aber es ging ihr nicht besser, und der Frosch sprach auch zu ihr, »Wann willst du mein Schätzchen sein? Ich will dir geben, hell, hell Wässerlein.« »Ja doch, ich will dein Schätzchen sein«, sagte die Prinzessin, »schaff mir nur reines Wasser.« Sie dachte aber, »Was schadet dir das? Du kannst ihm ja leicht ausgefallen so sprechen. Ein dummer Frosch kann doch nimmermehr mein Schatz sein.« Der Frosch war aber wieder ins Wasser gesprungen, und als sie nun zum zweiten Mal schöpfte, da war das Wasser so klar, dass die Sonne ordentlich vor Freuden darin blinkte. Sie trank sich recht satt und brachte ihren Schwestern noch mit hinauf. »Was seid ihr so einfältig gewesen und habt euch vor dem Frosch gefürchtet?« Danach dachte die Prinzessin nicht weiter daran und legte sich abends vergnügt ins Bett. Wie sie ein Weilchen darin lag und noch nicht eingeschlafen war, da hörte sie auf einmal etwas an der Türe krabbeln und danach singen. »Mach mir auf, mach mir auf, Königstochter Jüngste, weißt du nicht, wie du gesagt, als ich in dem Brünnchen saß, du wolltest auch mein Schätzchen sein, gäb ich dir hell, hell Wässerlein.« »Da ist ja mein Schatz, der Frosch«, sagte die Prinzessin. »Nun, weil ich's ihm versprochen habe, so will ich ihm aufmachen.« Also stand sie auf, öffnete ihm ein bisschen die Türe und legte sich wieder. Der Frosch hüpfte ihr nach und hüpfte endlich unten ins Bett zu ihren Füßen und blieb da liegen. Und als die Nacht vorüber war und der Morgen graute, da sprang er wieder herunter und fort zur Türe hinaus. Am anderen Abend, als die Prinzessin wieder im Bett lag, krabbelte es wieder und sang an der Türe. Die Prinzessin machte auf und der Frosch lag, bis es Tag werden wollte, wieder unten zu ihren Füßen. Am dritten Abend kam er wie an den vorigen. »Das ist aber das letzte Mal, dass ich dir aufmache«, sagte die Prinzessin, »in Zukunft geschieht's nicht mehr.« Da sprang der Frosch unter ihr Kopfkissen und die Prinzessin schlief ein. Wie sie am Morgen aufwachte und meinte, der Frosch sollte wieder forthüpfen, da stand ein schöner junger Prinz vor ihr, der sagte, dass er der bezauberte Frosch gewesen und dass sie ihn erlöst hätte, weil sie versprochen, sein Schatz zu sein. Da gingen sie beide zum König. Der gab ihnen seinen Segen und da ward Hochzeit gehalten. Die zwei anderen Schwestern aber ärgerten sich, dass sie den Frosch nicht zum Schatz genommen hatten. Vorlesernet – Märchenhafte Unterhaltung Zum Beispiel